Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist und wir schauen nochmal rein Leute. XRP heute bei 39 Cent, der Markt da wieder ein bisschen nach unten gegangen, 1% ungefähr und generell ist es recht ausgeglichen. RAN 45% ab, also Glückwunsch an alle RAN Halter, was da abgeht, keiner weiß, keiner weiß. Und Bitcoin ist ungefähr bei 28.500, also es geht langsam wieder in die 30.000er Range, das ist doch schon mal positiv. Bevor wir aber in das Video rein starten Leute, bitte vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ist für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube, von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute kommt von The Light Shines in the Darkness und hier geht es einmal um FEDNOW. FEDNOW ist ein riesen Multiple Payment Platform System, also eine riesige Plattform mit vielen verschiedenen Zahlungsmitteln. Und das Ganze sehen wir hier nochmal ein bisschen genauer aufgeschlüsselt, das heißt FEDNOW Instant Payments kann man hier einmal sehen, Service Provider, finanzielle Institutionen, Endkunde und auch andere Industrie Provider sind da entsprechend. Also hier einmal die ganzen Firmen quasi, die da in der Form damit zusammenhängen und wir sehen ja auch schon hier einige Ripple Kunden und auch XRP Nutzer. Das heißt also da eine große Verbindung, also hier einfach nochmal gesagt, zum Beispiel Volant auf jeden Fall, Mastercard sowieso ist ja eh schon länger dabei und so weiter. Also da haben wir einige Connections, die entsprechend zu Ripple hindeuten und das könnte definitiv eine nächste große Integration werden auf der FEDNOW Plattform, dass da dann auch ein bisschen offensichtlicher wahrscheinlich Ripple gefeatured wird, auch wenn es aktuell wahrscheinlich eher so indirekt ist, dass man quasi nur ein paar Partner hat von Ripple und nur ein paar XRP Nutzer an sich. Aber das wird in Zukunft mit Sicherheit nochmal deutlich, deutlich wertvoller werden. Dann geht es weiter von 24 Stunden Krypto und er schreibt hier einmal, gestern war der gesamte XRP Supply, den es gibt, 99.989.062.491 XRP insgesamt, die es gibt. Und 24 Stunden danach war der Gesamtsupply 99.989.059.414. Das heißt also innerhalb von 24 Stunden wurden ungefähr 3077 XRP verbrannt, die für immer weg sind. Die kommen niemals wieder, der Gesamtsupply wurde komplett geschmälert sozusagen, also ist weniger geworden und somit deflationär. Die Verbrennungsnummern werden sich irgendwann ändern auf 5000, irgendwann auf 10.000 und dann noch höher gehen, pro 24 Stunden sag ich mal, wenn das Volumen noch weiter steigt. Es gibt nicht genug XRP, sagt er hier. Und ich denke, das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Mechanismus, der von den meisten Menschen nicht so wirklich mitbedacht wird, sag ich mal. Denn neben dem normalen Preisentstieg, den wir haben, wenn der Bedarf einfach da ist wegen Angebot und Nachfrage, ist es natürlich auch noch den Punkt, dass die ganzen XRP immer, immer weniger werden sozusagen, je mehr Volumen darauf kommt. Und aktuell muss man sagen, haben wir zwar schon viel Volumen, aber noch nicht annähernd so viel, wie man haben könnte. Und jetzt stellt euch eine Welt vor, in der jeden Tag ungefähr 100.000 XRP verbrannt werden würden. Das wäre crazy, crazy. Und es gab ja schon Bestrebungen und Hinweise darauf, dass es vielleicht passieren könnte, dass die XRP-Fees auch noch angehoben werden für größere Transaktionen. Das heißt also, dass dann vielleicht das Zehnfache an Transaktionsgebühr bezahlt werden muss, wenn die Transaktion zum Beispiel über eine Milliarde ist oder sowas. Oder über 100 Millionen oder irgendwie sowas. Und ja, das wäre natürlich nochmal ein weiterer zusätzlicher Punkt, sag ich mal, wo dieses ganze Verbrennen noch schneller gehen würde. Und ja, wenn wir irgendwann da wären, dass wir pro Jahr ungefähr 500 Millionen XRP verbrennen oder sowas, wäre das mit Sicherheit eine ganz, ganz krasse Sache. Dann geht es weiter von Weezy. Und er hat hier einmal die ganzen Hinman-E-Mails, die ja schon öffentlich sind, in ChatGPT gepackt. Und ChatGPT, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ist ein Chatprogramm, beziehungsweise ein Tool, eine künstliche Intelligenz, eine AI. Und die ist eigentlich so ein bisschen so wie zum Beispiel Alexa oder Siri. Aber das Besondere daran ist, dass sie sich eben merken kann, was zuvor gesagt wurde. Also quasi richtige Konversationen geführt werden können. Und zusätzlich kann dieses Chatprogramm auch die Perspektive von anderen, zum Beispiel Leuten einnehmen, sag ich mal so. Also ich könnte zum Beispiel sagen, schreib mal eine Ausarbeitung über die menschliche Zelle aus der Sicht eines Mikrobiologen oder irgendwie sowas. Und dann würde das Programm das entsprechend verfassen, natürlich auch basierend auf den Daten, das es kennt. Und dieses Tool ist gerade sehr, sehr im Hype. Ich glaube, sehr viele werden es von euch schon mitbekommen haben. Ich befasse mich ja auch schon ein bisschen länger, auch schon so ein bisschen vor dem Hype mit künstlichen Intelligenzen, weil ich das tatsächlich ziemlich interessant finde, das ganze Thema. Aber das ist natürlich nur so Hobby-mäßig. Das heißt, hier wurden also dieser AI einmal die ganzen Hinman-Dokumente, die Hinman-E-Mails quasi gefüttert. Und dann hat man dazu Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was die Kernaussage daraus sei. Und das Ganze wird dann tatsächlich hier einmal so generiert. Ich sage mal, ich kann es mal kurz ein bisschen durchlaufen lassen für die Leute, die es in der Tiefe interessiert. Wenn ihr wollt, können wir da in einer der nächsten Folgen auch nochmal tiefer drauf eingehen. Aber ich denke, für jetzt reicht dieser Überblick so. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass man mit solchen Tools mittlerweile solche Features eigentlich hat, dass die künstliche Intelligenz mittlerweile für uns solche Tasks eigentlich lösen kann und auch solche Ausarbeitungen dabei entstehen. Finde ich definitiv genial. Dann geht es weiter mit einer größeren Spekulation, und zwar vom Digital Asset Investor. Und er schreibt hier, dass Amazon jetzt gerade dabei ist, auch einen NFT-Marktplatz zu launchen. Und das finde ich definitiv eine spannende Entwicklung bei dem ganzen Thema. Sech schreibt dann dazu, dass es ja Gerüchte gibt, dass Amazon 5 Milliarden XRP hält. Natürlich ist das unbestätigt und ist auch erstmal nur das ein Gerücht. Und er sagt dann hier, unzeitlich haben wir jetzt die NFT-Capability auf dem XRP-Ledger. Wahrscheinlich nichts, probably nothing, wahrscheinlich nur Zufall und so weiter. Ich denke da in der Form, ja, es ist tatsächlich nur Zufall, muss man ganz klar so sagen. So sehr ich mir natürlich wünschen würde, dass auf dem XRP-Ledger der Amazon NFT-Marktplatz launcht und so weiter, würde ich mich natürlich unendlich darüber freuen. Das wäre eine super Entwicklung und ein super Use Case für den XRP-Ledger. Aber ich denke tatsächlich nicht. Ich denke, das Ganze wird von Amazon jetzt erstmal noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Wer weiß, das Ganze könnte natürlich so sein, dass es tatsächlich irgendwie auf dem XRP-Ledger launcht. Aber ich denke, wenn überhaupt, dann nicht exklusiv. Und die Gerüchte, dass Amazon 5 Milliarden XRP hält, habe ich so in der Form auch noch nicht wirklich gehört. Beziehungsweise nie irgendwie ein Argument gehört oder sowas, wo ich sagen könnte, ah, okay, deswegen verstehe ich, dass es das gibt. Weil, ja, ich sag mal, ich könnte ja auch sagen, okay, es gibt Gerüchte, dass Amazon 10 Milliarden XRP hält. So sind halt noch unbestätigt. Nein, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr was Näheres wisst oder so, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten behandle ich es erstmal, wie es ist, als ein Gerücht. Dann geht es weiter von Brett Garlinghaus und zwar ist das der CEO von Ripple. Und er sagt hier, wenn irgendjemand regulieren möchte, in dem Fall natürlich die Regierung und die USA quasi, dann reguliert. Was hält euch auf? Wir sehen jetzt gerade zum Beispiel, dass viele der G20-Staaten gerade auch so ein bisschen in Richtung Regulation gehen. Gerade hier in Deutschland haben wir das ja auch schon so ein bisschen gesehen in der EU mit dieser Regulierung. Mika, Markets and Crypto Assets. Ich meine, wir wissen alle, dass das Ganze sich immer ewig zieht und dass da eigentlich gar kein richtiges Interesse dahinter steht, wirklich zu regulieren bzw. neue Regularien rauszubringen. Denn man sieht, wenn man es wollen würde, könnte man es machen. Wenn sogar quasi hier die EU das schafft, dann würde die USA das natürlich auch schon lange, lange schaffen. Und tatsächlich gibt es da ja viele Experten. Man müsste ja einfach nur mal, in Anführungsstrichen, einfach mal ein ganzes Gremium dahinsetzen von Leuten, die sich damit befassen. Die sollten dann irgendwelche Regularien, Richtlinien ausarbeiten und dann ist das Ding fertig. Klar, es kann länger dauern, aber es sind ja nicht mal irgendwelche Bestrebungen so auf dem Weg. Alle sagen immer, ja wir wollen, wir wollen, wir wollen, aber am Ende wird es dann ja doch nicht gemacht. Und das ist dann eigentlich immer so das große Problem, nämlich, dass auf der einen Seite immer viel geredet wird, auf der anderen Seite aber nicht umgesetzt wird. Dann geht es weiter von Mr. Whale und hier geht es einmal um Balaji Srinvasa. Wer hat, wie ich gestern auch schon mal im Video angedeutet habe, eine Wette abgeschlossen und gestartet. Und zwar eine sehr wilde Wette. Und zwar sagt er hier, dass die Hyperinflation den Preis von Bitcoin auf eine Million Dollar bringen wird. An sich schon ein gewisses Statement, natürlich jetzt nicht ultra unrealistisch oder sowas. Alleine dieses Statement würde man jetzt sagen, okay, kann man ja so behaupten. Aber er hat das Ganze auch in einem gewissen Timeframe angesetzt und zwar innerhalb der nächsten 90 Tage. Das heißt also innerhalb der nächsten drei Monate. Und ja, da sind wir so in Richtung Mitte Juni, würde ich sagen. Das Ganze ist mit Sicherheit ein recht kurzer Timeframe, meiner Meinung nach, für so eine Prediction. Weil wir ja überhaupt nicht irgendwo in der Nähe davon sind. Wenn wir jetzt bei 900.000 Dollar bei Bitcoin und er würde jetzt sagen, ja, innerhalb der nächsten drei Monate geht es auf eine Million. Ja, dann könnte man mal drüber reden. Aber ich finde, von knapp 30.000 auf eine Million Dollar ist dann doch schon ein gewisser Sprung, den man wahrscheinlich nicht mal eben so macht. Tatsächlich finde ich, dass das Ganze mehr als Promo-Move, sage ich mal, dient für die Person an sich, für deren Services und was auch immer. Er ist Angel Investor, Tech Founder und war auch damals CTO bei Coinbase. Also hat schon eine gewisse Historie und Track Record definitiv. Aber die Frage bleibt bestehen. Wenn man sich so sicher ist, dass das innerhalb von den nächsten paar Monaten darauf geht, dann könnte man noch eine Riesenposition jetzt starten bei Bitcoin und sagen, Hey, ich investiere jetzt gefühlt all mein Geld oder sagen wir mal drei Millionen Dollar in Bitcoin bei diesem Preis und ihr werdet schon sehen, das Ganze wird unendlich steigen auf eine Million Dollar. Das wird ganz, ganz krass abgehen und so weiter. Das könnte er ja so in der Form dann sagen. Also warum nicht das Geld dann direkt in Bitcoin packen sozusagen und dann da Welle drum machen. Ist immer ein bisschen widersprüchlich, wenn man sagt, okay, ich mache eine Wette auf Bitcoin, aber ich mache die Wette quasi off-chain. Naja, gut, aber so ist es. Da würde mich auch mal eure Meinung zu interessieren, ob ihr sagt, ja, das ist in irgendeiner Welt, könnte das passieren. Oder ob ihr sagt, ne, niemals, das Ganze wird definitiv im Sande verlaufen, beziehungsweise dann werden einfach die Leute ihre Tweets darüber löschen und dann ist es quasi nie passiert. Der Crypto Bull schreibt dann dazu, dass es fundamental mehr Sinn ergeben würde, wenn XRP in den nächsten 90 Tagen auf 100 Dollar hochgeht. Denn das Ende der Klage steht uns ja bevor, so zumindest die Theorie, mit regulatorischer Klarheit und voller Adoption könnte man sowas erreichen, sagt er hier. Und ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann da einen gewissen Preisanstieg gibt. Ich meine 100 Dollar, crazy, ne, und innerhalb der nächsten 90 Tage gehe ich davon auch nicht aus, weil auch auf dem Weg viele Leute verkaufen werden. Aber trotzdem ist ein gewisser Anstieg bei XRP aus meiner Sicht auch realistischer als ein gewisser Anstieg bei Bitcoin. Was ich ganz spannend finde von Cryptomaniac, er hat hier einmal eine 140 Jahre alte Strategie gepostet, ne, über den Markt, sag ich mal. Und ja, die Strategie ist nach wie vor eigentlich ziemlich akkurat, beziehungsweise hat eine 90% Accuracy Rate, ist also 90% akkurat. Also hier bin ich auch mal gespannt. Das ganze Modell würde ja zeigen, dass 2023 so mit das tiefste Jahr hier ist in der Historie quasi. Und es dann da einen gewissen Aufschwung geben wird bis in Richtung 2026. Würde ich mich natürlich freuen und ich hoffe mal, da haben wir dann einige gute Jahre vor uns. Dann habe ich gesehen, dass Ripple selbst eine sehr große Dokumentation eigentlich rausgebracht hat. Und hier schon sehr, sehr viele verschiedene Punkte eigentlich drinstehen zu der ganzen Software und so weiter. Also finde ich auf jeden Fall spannend. APIs zum Beispiel hier sind ja im Endeffekt Schnittstellen, die da genutzt werden können und so weiter. Also hier wurden einige Dokumentationen gut verfasst. Und ich finde hier, man schreibt natürlich spezifisch für die ISO 20022 Adoption das Ganze hier einmal. Also Ripple ist aligned mit der ISO-Norm und das ist eigentlich das Wichtigste. Dann haben wir nochmal 24 Stunden Krypto und er sagt hier 0,005% der Weltbevölkerung sind ungefähr 395.000 Menschen, die insgesamt eine Menge von 24 Milliarden XRP halten. Das heißt also Retail hat ungefähr 24 Milliarden XRP seit Erstellung sozusagen accumulated, also gekauft und dann behalten sozusagen. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz große Summe, also ein Viertel davon liegt dann bei Retailern sozusagen, bei Leuten wie dir und mir. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren wird diese Zahl auf jeden Fall noch deutlich steigen. Dann haben wir hier noch einen Bericht von Goldman Sachs. Und hier geht es darum, dass Bitcoin als das bestperformende Asset quasi dargestellt wird. Also Total Return sehen Sie hier bei Bitcoin als am besten an sozusagen. Und ja, das finde ich natürlich interessant, dass Bitcoin da so hervorsticht. Mich würde auch mal interessieren, wo sie andere Coins dann einordnen, wie zum Beispiel Ethereum oder XRP. Wir wissen aber natürlich alle, dass sie das so in der Form nicht machen werden, in ihren Bericht da einzufliegen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Rayan. Er sagt hier 16.000, 19.000, 23.000, nichts passiert. Und dann 27.000, time to buy. Ja, tatsächlich gibt es ja einige Leute, die dann bei den tiefen Optionen, bei 16.000 und so weiter, immer nicht einkaufen, weil sie sagen, oh, ich habe Angst, ich habe Angst, nee, das ist nicht gut. Aber dass diese Leute ihr Geld jetzt schon fast verdoppeln könnten, sozusagen hätten können, wenn sie bei 15.000 gekauft hätten, ja, das ist den meisten dann eben nicht bewusst, beziehungsweise das sehen sie jetzt immer und sagen dann, oh, 27.000, jetzt muss ich schnell kaufen. Also, darauf kann man sich verlassen, dass die meisten Leute dann erst rein vormonen, wenn der Preis wieder ein bisschen höher ist, in dem Fall wie jetzt bei 28.000. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und dass ihr auch bei den Videos mit dabei seid, wenn der Preis mal auf 16.000 runter ist, sozusagen. Also ihr seid ja immer da mit einem Start, egal wie tief oder hoch der Preis ist. Von daher gebt mir doch mal ein Like oder das Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr wieder, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.